Ein Stichwort, Genosse-Major. Bist du hier, um mir den Rest zu geben, Hund? Dann komm runter! Ich gehöre ganz dir. Drück meine Zähne, um mit mir zu reden. Du bist wie ein Hund. Dein Herr herz dich auf und du gehst jedem an die Kehle. Aber hab bitte nicht zu viel Spaß mit mir. Charles, was ist das? Der Bohnen schickt auf Strom. Das ist ein mieses Arschloch. Ich erwisch dich trotzdem. Moment, Genosse-Major. Ich versuche, die Ladung zu... Und wenn ich kriechen muss, die Drecksau hole ich mir. Ich habe die Ladung reduziert. Alles in Ordnung. Hab schon Schlimmeres erlebt. Viel Schlimmeres. Der entkommt mir nicht. Dél chiven Schlimmeres. Schlimmeres. O? Oh, 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 oh! Willkommen im Maja Plisetskaya Robotertheater, Heimat des ersten Roboter-Ensembles der Welt. Ist dir langweilig? Wie kann ich dich unterhalten? Na hallo! Kauft schon mal Karten für unsere spektakuläre Vorstellung. Herz des Roboters, ein friedliches Atom. Was für ein faszinierender Haufen Scheiße. Bis dann. Weißt du was? Ich bin wirklich verärbt. Gibt Worte deinem Schmerz. Ist dir langweilig? Kann ich dich unterhalten? Drück meine Taste, um mit mir zu... Lust zu plaudern? Ist dir langweilig? Wie kann ich... Sollen wir plaudern? Ich bin wirklich verärbt. Ist dir langweilig? Kann ich dich unterhalten? Wut. Wie kann ich dich unterhalten? Junge ist zwar... Du kannst nicht. Bitte komm näher. Lass uns da. Tja, heute nicht, du Witzbold. Und das heißt, heute stirbst du, Major. Ist dir lachmeilig? Wie kann ich dich unterhalten? Du hattest schon so lange keine Frau mehr, Major. Das sehe ich. Oh, Marathic.